Mein Name ist Dorf, Schweizer. Schöner Minecraft-Porno. Maxx Exist. Guck, wie schnell ich mich drehen kann. Könnt ihr das sehen? Das sieht so verhindert aus. Okay. Ich hab ne Hülle gefunden. Ne, da mal rein. Eine billige Hülle. Ah ne, hier, die geht weiter. Hier ist ne richtig geile Hülle. Die können wir benutzen. Hartz IV Hülle. Mega-Eating. Er hat Nigger gesagt. Das gibt's ja nicht. Wurde im Chat. Ich hab sie auch. Ach, ich seh sogar schon den Maw. Und ich hab Maw hoch. Okay. Ich bin jetzt Iron Man mit Kürbis aufm Kopf. Komm her, du Arsch. Stirb endlich, du Bastard. Jetzt ist er doch tot, oder? Ne doch. Keine Ahnung, er lebt doch noch. Alter, willst du Troll? Alter, wie solche. Das sind drei Mann, ne? Wir müssen warten, hier fehlt einer. Die müssen kämpfen. Oh, der killt mich!